Ist die Dezember-Rente 2023 in Gefahr, weil das Bundesfinanzministerium einen Zahlungsstopp ausgesprochen hat? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe es schon fast so geahnt, in dem Moment, wo hier der Bundesfinanzminister mitteilt, dass es einen Zahlungsstopp geben würde, was sozusagen einen Haushaltsstopp geben würde, werden solche Nachrichten im Internet verbreitet? Wie ist die Dezember-Rente nicht in Gefahr? Kommt es zur Nicht-Auszahlung der Renten? Also ich habe da auch schon ein Video dazu lesen oder sehen dürfen. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, lassen Sie sich bitte von solchen Nachrichten nicht verrückt machen. Das ist alles Unfug, das hat alles mit dem Verfassungsgerichtsurteil, welches erst vor ein paar Tagen dem Bundeshaushalt in Teilen für verfassungswidrig erklärt hat, nichts zu tun. Sämtliche Haushaltsmittel für die gesetzliche Rente, auch für die Beamtenpensionen, sind im Bundeshaushalt, laufen im Bundeshaushalt 2023 sauber eingestellt. Und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat also nichts mit deren oder mit den Leistungen zu tun, die der Steuerzahler oder der Finanzminister an die deutsche Rentenversicherung zu überweisen hat. Also daher können wir mal ganz entspannt davon ausgehen, dass die Rentenzahlungen im Monat Dezember 2023 sicher sind und dass auch die zukünftigen Rentenzahlungen sicher sind. Die Haushaltsprobleme, die jetzt aufgetreten sind, haben keinen Einfluss auf die Rentenhöhe oder auf die Auszahlung der jeweiligen Monatsrente. Wer sowas behauptet, der spricht einfach nur die Unwahrheit. Wer mit solchen Informationen Geld verdienen möchte, finde ich eigentlich auch sehr unsäglich, meine Damen und Herren. Sie müssen dieses Video sich nicht anschauen, Sie müssen es nicht kommentieren, Sie müssen da auch nicht auf nichts klicken. Aber ich möchte Sie einfach nur beruhigen, dass solche Mitteilungen, die jetzt gerade im Internet hochkochen, schlicht und ergreifend nicht der Wahrheit entsprechen. Und deshalb, meine Damen und Herren, bitte nicht hinhören. Ich gehe fest davon aus, dass Sie im Monat Dezember auch Ihre Altersrente bezahlt bekommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.